Wir sind immer noch im Sumpf. Im hübschen Sumpf sind wir... Ich fühle mich irgendwie so total episch mit dieser fetten Klinge immer noch. Ich kann es kaum glauben. Dieses Berserker-Schwerd ist einfach nur super. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an Jorgensen. Wollte ich mal einfach so abgeben. Okay, wir müssen zurück ins Banditenlager, genau. Der Tempel ist geschafft. Wir haben die erste Kristallscheibe und damit geben wir gleich mal Bericht ab bei Fincher. Ich bin so froh, dass man sich teleportieren kann. Wenn ich mir vorstelle, hier ständig hin und her gehen zu müssen... Dann bräuchte ich eine Menge Geschwindigkeits-Spruch-Rollen. Ja, da wird schon dunkel, ja. Yeah, dance baby, dance! Die haben schon toll irgendwie so Privileg hier. Ich weiß nicht, sie sind zwar im Sumpf und an so einem alten Tempel, aber... Im Gegensatz zu draußen hier, die, wo drin sind, denke ich, jetzt einige müssen gut. Hey Fincher! Der Osttempel ist erschlossen. Sehr gut. Und weiter? Wie ist die Ausbeute? Eher mager. Ich denke, dass ihr mehr erwartet habt. Ich habe es geahnt. Gut, dann werden wir weitersuchen müssen. Was ist mit meinen Männern? Wo ist Danilo? Für die Männer war es kein großes Vergnügen. Sie hatten mit einigen Problemen zu kämpfen. Danilo hat es nicht geschafft. Er wurde im Osttempel getötet. Verdammt! Er war ein guter Mann. Na gut, trotzdem, danke für diese Nachricht. Jo, danke fürs Gold. Ähm, dann... Wir sprechen uns noch. Okay. Das hört sich jetzt irgendwie negativ an. Ich habe ja wieder Lernpunkte und ich bin bereit, sie auszugeben. Dann... Okay, jetzt brauche ich die Ringe gar nicht mehr. Jetzt nehme ich nur noch die. Dann haben wir wieder einen ordentlichen Schutz. Und ich lerne die Stufe für das Dingsschwert. 900 Gold. Unterrichte mich im Schwertkampf. Wenn du deine Waffe hinter deinem Körper hältst, kann dein Gegner nicht erkennen, was du vorhast. Du musst natürlich schnell sein, aber das bist du ja. Reißt du die Waffe dann nach oben, brauchst du für die folgenden Schläge weniger Kraft. Hört sich gut an. Und das Beste, dadurch, dass du weniger Kraft brauchst, kannst du sogar zwei Händer mit einer Hand führen. Wenn du willst, sogar zusammen mit einem Schild. Und das ist richtig genial. Dank der Ringe habe ich das ja schon die ganze Zeit. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, meine Kollegen. Da möchte ich jetzt erstmal in die Goldschmiede gehen. Ich will gucken, ob ich mir was Tolles schmieden kann. Ich habe so viele Edelsteine, Diamanten und Zeugs. Da muss ich doch ein gutes Amulett draus machen lassen. Aktuell nicht. Ich kann nur zigtausend Ringe machen. Vielleicht sollte ich das sogar. Dann kann ich die verkaufen gegen Gold. Oder sind die... Naja, die Zutaten brauchen wir auch vielleicht für was anderes. Wobei, ich glaube, die Amulette, die ich jetzt noch will, die kann man wirklich nur kaufen und nicht selbst machen. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Haus? Sieht eher wie eine Hütte aus. Eine Bruchbude im Sumpf hier. Aber weißt du was? Mir gefällt es. So, hier. Hey, das ist meine Bank. Egal. Erstmal ein Brogas, beziehungsweise mein Bett schlafen. Es ist mein. Neuer Morgen, neuer Tag, neues Glück. Okay, ich sollte mich konzentrieren auf... Hier steht etwas über Mann. Hm, interessant. Weisheit, ähm... Kristallscheiben. Gehen wir jetzt Richtung... Cyrus. Wir sollten zu Cyrus gehen. Genau. Das wäre doch mal angebracht. Wie komme ich da jetzt auf schnellsten Wege hin? Ne, ich denke mal... Indem ich einfach... Wir haben noch einen Eilezauber. Okay. Einmal Spritten, bitteschön. Hey, yo. Da ist hier die ganze Mannschaft. Das wäre nichts, was ich nicht auch tun würde. Geht jetzt eigentlich hin? Die anderen arbeiten und die anderen wiederum... Keine Ahnung. Ich brauche es nicht mehr. Ach du Scheiße. Jetzt sind die Ex-Menschen. Wahrscheinlich sind die sauer, weil ich den Tempel geblendet habe. Stark sind sie auf jeden Fall. Oh, Teleporter. Ja. Kann ich mir jetzt nicht den... Augenschein nehmen, aber die haben... Teleporter ruhen hier... um die... Gegend dann hier und so. Ja, es fängt schon wieder zum Lecken an. Egal. Das kriegt sie später ein. Ja, ich schätze mal, jetzt wird das hier kein Kinderspaziergang mehr, wenn hier... überall die Ex-Menschen... auftauchen. Aber die Teleporter ruhen möchte ich auf jeden Fall alle haben. Ey, ich kann... Ich habe mich gerade gewundert. Ich kann immer noch sprinten, obwohl die... Kraft doch schon nachgelassen hat. Okay. Dann hoffe ich mal, dass die was Gutes dabei haben. Ja, es sind ja nur normale. So, hier haben wir einen Teleport südliche Ruine. Muss man sich merken, ich... Ich kenne mich da überhaupt nicht mehr aus. Hier mit den ganzen Ruinen. Wo? Südlich, westlich? Irgendwo. Ich futter weiter. Munter mein Äpfel. Vielleicht kriege ich nochmal Stärke. Stärke plus 1. Okay, gehen wir Richtung... Zum dritten Ältrig, der ist da, wo Jasmin ist. Das heisst... Einmal... quer durch die Breitseite. Durch den Felsen. Das ist eine gute Gelegenheit hier, wenn man jetzt die Welt erkundet, natürlich. Ich halte auch schon nach diesen Ex-Menschen, ob die... Teleporteron haben. Dann kann ich mich hier immerhin teleportieren. Nein! Oh shit! Ich... Okay. Aha. Ich muss schon aufpassen hier. Endlich mal würdige Gegner. Das muss man dazu sagen. Ja! 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 Ja, die können schon was. Ah! Südostküste. Das war Nummer 7. Ja. Wenn man erstmal alle hat, dann kann man sich so ziemlich überall hin teleportieren. quer durch die ganze Insel. Stufentechnisch brauche ich noch einiges. Bin ja erst Stufenlevel aufgestiegen hier. Oh yeah! Und nicht vergessen zwischendurch App flessen. Ich habe das Gefühl, jetzt bekomme ich keinen Stärkebonus mehr. Oh mein Gott! Ich brauche unbedingt mehr Rüstungsschutz. Oh mein Gott! 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 Das ist das Problem! Oh mein Gott! Das deutet darauf hin, wie ich gesagt habe, dass es jetzt vorbei ist. Schade. Ich heime mich damit, aber da kommt nichts mehr dabei rum. Na schön, dann ähm, ich packe mal hier so ein bisschen, das packe ich hier hin. Also ich glaube, wir tun uns jetzt nur noch mit Tränken heilen. Das ist alles andere schwachsinnig. Den, den tu mal weg, den brauche ich nämlich nicht dauerhaft. Das kommt hier hin. Dann möchte ich die Zauber, die ich brauche, hier hin packen. Das nicht. Dafür tippe ich mich gerne mal. Das kommt auf jeden Fall hier hin. Das dorthin und dies hier dorthin. Das ist eigentlich so mein Standard. Okay, ähm, Jasmin, soll ich jetzt wirklich das mit Eldrick machen, oder? Weil da oben gibt's auch noch was. Bei den netten Herren. Hey, mach mir, ich geh mit Robert jetzt. Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Ach ja? Und was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesen elenden Girga befreien. Das ist ein Märchen. Nein, nein. Man sollte nicht alles als Märchen abzunnen. Mal ein bisschen Vertrauen haben. Hm. Klingt interessant. Erzähl mir mehr davon. Er ist ein schreckliches Monster. Da, da, da. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So, so. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Und niemand wird mehr über mich lachen. Jo, äh. Was weißt du noch über den Girga? Das fragst du genau den Richtigsten. Ich habe ihn leider schon ausgenommen. Ich bin hier nämlich der Girga-Experte. Keiner sonst kennt die schrecklichen Dinge, die ich dir über ihn erzählen kann. Weißt du was? War halt für dich. Ja, das war halt mal für dich. Erklär mir deinen Plan. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Girga irgendwo dort seinen Hort haben muss. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Vielleicht wäre es besser, wenn du einfach hier bleibst und dich ein bisschen schonst. Weil jetzt hast du nur noch den Stab, den Stock und damit bist du mir keine große Hilfe. Egal, du kannst die Gegner ablenken. Ich werde dir helfen, den Girga zu jagen. Ha, sehr gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Es wird aber kein Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß. Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Hört sich gut an. Sag Bescheid, wann es losgeht. Sofort. Komm mit. Wie du willst. Juhu. Mal wieder eine Begleitung. Und ich bin der Führer. Ich gebe den Tonerzieher an. Du musst mir noch folgen. Finde ich cool hier mit den langen Hängenbrücken. So, genau. Komm mal her. Oh ja. Oh ja. Noch. Irgendwann auch nicht mehr. So. Wollen wir es nicht gemeinsam erledigen? Du gehst vor. Ich ähm... Ich bin runtergefallen. Ich muss da nicht bloß... Ausweichen. Boah. Die arme Aschbesscher hatte mal überhaupt keine Chance mehr. Wuhu. Ist das geil. Und nochmal von vorne. Aber warte. Die Truhe machen wir anders auf. Da bin ich jetzt zu faul, die zu knacken. Das ist ein Hauch Magie jetzt auch. Schatztruhe. Ja, ein bisschen Gold. Das ist schon... ...die Truhe wert. Ich gucke mich nur ein bisschen um. Bald kannst du ruhig unten bleiben. Aber wenn ich natürlich hier bin, dann mache ich es gründlich. Und werde die Insel säubern. Das hat sich gelohnt. Außer wundere dich nicht. Ockerwurzel. Hier haben wir Ockerwurzel und... Bei meinem letzten Besuch bin ich ja nur durchgerannt... ...und habe die Klinge geholt. Und dieses Mal... ...werde ich es so richtig... ...aufräumen. Na? Kennt ihr mich noch? Oh, ja! Oh, ja! Ja! Auf diese kleinen Hutzelgnome hier... ...müssen wir höllisch aufpassen. Wir sind saugefährlich und klauen alles... ...was nicht nid- und nagelfest ist. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Genau wie ich. Okay, dann pass gut auf. Lass uns weitergehen. Ich habe die 15 Beutel... ...500 Erfahrung. Das war jetzt aber auch... ...ein aufwändiger Quest. Genauso wie mit den... ...untuckenden Burgherren. Das sind so Quests... ...die sind ziemlich aufwendig... ...aber am Ende machen sie sich... ...richtig bezahlt. ...meine Stärke ist überwältigend. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Mir gefällt die Klinge total. Die ist so groß und lang. Das ist einfach ein... ...zweihender... ...Guter. ...ein richtig toller. Wölfe als Gegner mag ich. Die kann man... ...wirklich so praktisch... ...im ganzem besiegen. ...ja. Die anderen Viecher... ...machen wir auch noch platt. Jo, das machen wir. Oh, guck mal hinten. Das ist doch ein kleines Secret. Da komme ich jetzt nicht einfach so hin... ...mit dem Typen, also... ...das müsste ich alleine machen. Außerdem... ...muss ich sonst wieder zurück... ...und ich will mich... ...gerne wegteleportieren. Wohl mein andermal. Klag zu! Das wäre geschafft. Den ganzen Krempel brauchst du nicht mehr. Tja. Jetzt wird's kompliziert. Ich würde vorschlagen, weiter nach Norden zu gehen. Der Weg nach Osten gefällt mir irgendwie nicht. Warum nicht? Die meisten Spure der Gnome führen nach Norden. Es ist seltsam. Aber es könnte gut sein, nach dem, was ich hier sehe... ...dass sie mit dem Gürger zusammenarbeiten. Tatsächlich? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Wir werden's ja bald erfahren. Geh weiter. Würde ich ja gern, wenn du mich nicht ständig unterbrichst. Wenn ich ständig solche Faxen machen würde, wäre ich noch nie so weit bis jetzt gekommen. Als Held hat man vor allem harte Arbeit. Ah, ne Heldenkrone. Perfekt. Hey du. Ich hab ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg hier. Ich will ja nicht meckern. Aber hier oben sind wir verkehrt. Das hab ich im Urin. Kann schon sein, dass wir verkehrt sind. Deswegen geh ich ja zuerst diesen Weg. Damit wir den gesäubert haben. Vorhin würde ich jetzt sagen... ...damit uns nichts in den Rücken fällt. Zuerst hier oben nachschauen. Das solltest du doch eigentlich wissen. Ah, komm her. Es sind harmlose Monster hier. Zumindest für mich. Ich auch. Voll aufgeschlitzt. Na schauen auf den goldenen Stein. Wieso legt jemand hier einen Stein rein? Wieso nehm ich den mit? Hier liegen überall Steine. Faktor liegen hier überall Steine. Ah, hm, hm. Ich bin so froh, dass sie das so verbessert haben jetzt hier. Dass man nicht so auf die Typen aufpassen muss. Die bleiben nicht mehr hängen oder so. Sondern sie kommen wirklich überall hin. Mit. Ah, guck mal einer. Oh ja. Ja. Hier oben ist natürlich... ...was Gefährliches. Ja. Ja. Hey. Oh, du Scheiße. Halte durch. Ich helfe dir. Wie hat er das verdient? Was ist das für eine Frage? Ah, ne Ockerwurzel. Siehst du? Das hat sich doch gelohnt. Mann, Mann. Hier oben sind wir völlig falsch. Ich könnte wetten, wir müssen weiter nach Norden. Woher willst du das wissen? So ein Gefühl, ja? Hm. Kann auch sein, dass ich mich irre. Lass uns weitergehen. Ja. Hier oben sind wir völlig falsch. Geht da. Beziehungsweise völlig richtig. Das ist doch gute Beute. Und du wolltest, dass ich sie stehen lasse. Auf der einen Seite war das jetzt hier eine Abkürzung. Guck mal, wir sind doch jetzt hier bei der Festung. Aber wir müssen natürlich die ganzen Knochen trotzdem platt machen. So viele Häuptlinge. Überall. Guck dir's mal an. Ja. 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 Lass dich nicht ärgern. Ja. 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 Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Ich gucke mich noch ein bisschen um hier. Da ist noch ein bisschen Gold und da sind wir dann. Das ist die Gabelung. Nette Ausbeute. Da guck mal. Eine Wichteltappe. Hier ist das Meer. Hey, Moment mal. Ja, genau. Ich könnte mir mal davon wieder was braten. Für ein bisschen Lebensenergie noch. Riecht schon mal nicht schlecht. Problemsenergie. Ich fudere mal hier von ein paar unterwegs. Da kommen ja so viele von den Dingen. Dass man immer mal wieder auch so welche essen kann. Das kommt an kritischen Stellen mittlerweile auch immer öfter vor. Nette Ausbeute. So, ich booste mich mal ein bisschen noch. Auf 450 leben sie, ne? Gehe ich. Okay. Das passt mir soweit. Jetzt kommen die Untoten. Perfekt. Wird schon langsam interessanter. Hey. Der Gegner sind hier. Oh, der macht aber trotz allem viel Schaden. Aber man merkt, der hat eine hohe Stärke auf jeden Fall. Aber das muss er auch, wenn er hier versucht reinzukommen. Hier haben es sich diese kleinen Kerle richtig gemütlich gemacht, was? Das ist nur eine alte Ruine. Ich könnte wetten, dass hier der ganze Kram gelandet ist, den die Leute auf der Insel vermissen. Sieht ganz so aus, als sei hier das Hauptquartier dieser Gnome. Geh weiter. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Jede Menge Gold und Schätze auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich habe es mal wieder ausgenutzt. Die fehlende Aufmerksamkeit. Kochrezept. Billige Rezepte von Gnomen. Nicht so sehr wie ich. Oh. What the fuck? Was war jetzt das für ein Schlag? Ich habe vier Monster auf einen Schlag erledigt. Ja, das macht mir so schnell keiner noch. Das schafft niemand. Wow. Das werde ich mir merken. So. Im kurzen Moment. Ich muss mal eben ein bisschen Wasser holen zum Trinken. Okay. 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 So. Besser. Mir wäre es lieber, wenn die Gnome erst gar nicht ihre Waffe ziehen. Ich muss sie ständig vom Boden aufheben. Ja, hier ist nichts. Okay, Rupert. Kommst du? Geh runter. Ah. Was? Ich höre dich nicht. Sag jetzt nicht, es gibt schon wieder Soundprobleme. Oder war das jetzt einfach bloß, weil der draußen gestanden ist? Junge, verarsch mich nicht. Auf sowas stehe ich nämlich überhaupt nicht. Oh nein, wenn der jetzt schon wieder so lange lädt, dann heißt es, dass wieder irgendwas nicht stimmt. Ich werde vermutlich gleich wieder neu starten müssen. Hoffentlich gibt es in Risen 2 nicht diese Probleme. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Und, 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 und. Was gefällt dir überhaupt an der Treppe nicht? Die sind doch alle so. Verräterklinge. Lass mal gucken. Ach so, fast das Schwer. Nicht schlecht. Die sieht cool aus. Aber nicht so cool wie das hier. Wenn du Heiltränke brauchst, sagst du mir, ich habe noch ein paar übrig. Genau, ja, da waren wir schon einmal ganz am Anfang unten. Ja, das haben wir schon geplündert. Machen wir ein bisschen Licht. Ich habe dich gar nicht gesehen. Du bist so klein. Schau her, es gibt doch Gold, Artefakte. Ach, mein Gott. Gegen dir höre ich das jetzt hier nicht. Der Gürger muss woanders sein. Hier haben wir nichts verloren. Lass uns wieder abhauen. Wenn du jetzt mich noch einmal unterbrichst, dann werde ich dich hier unten eingrauben. Ich bin Abenteurer und Schatzsucher. Ich gehe hier überall hin, wo es was zu holen gibt. Da. Soll ich das etwas stehen lassen? Das hier, das hier, das hier, das hier. Die haben zu viel. Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal von vorne. Und es kommt noch besser. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Abgebrochen. Wer sagt's denn? Ah, Wichteltappe, Telegnese, kleiner Saphir. Ist okay. Edelschwert. Skelette haben so viel. Lauter Heilzauber und... Gold und noch und noch. So, das dürfte die Truhe sein, die ich geplündert habe. Genau, da war die Waffe drin. Ein Teil des Sturmwinds. Ständer. Hier steht etwas über Magie. Erwarte nur nicht, dass ich dir irgendwas von dem Gold abgebe. Du wolltest ja nicht drunter kommen. Also gehört alles mir. Okay, dann gehen wir jetzt wirklich mal... Jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren. Hey du, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Ja, das ist ja schön. Schon gut. Ich halte die Klappe. Geh weiter. Ach, wirklich? Du hältst die Klappe? Das wäre zu schön. Ich trau dir eben wieder. Nicht. Du kostest mich mehr Kraft als sonst irgendwas. Und nochmal von vorne. Und nochmal. Geht doch. Ich mag hier spiele, wenn ich vermutlich die meisten Truhen nur mit Magie öffne. Warte. Okay, alles klar. Da haben wir schon dran gezogen. Die ist offen. Das heisst, die haben wir. Hier bin ich das letzte Mal runter und habe ich gemerkt, halt nein, da bin ich ja falsch. Und dann bin ich hier umgedreht wieder. Hier waren wir nicht. Eine Orga, wo ist das sogar hier drin? Muss ich mir merken. Orga, wo ist das denn im Schrank? Ja. Hier haben wir wieder einen Geheimgang. Perfekt, doch. Lass uns nicht noch mehr Zeit verpleppern. Ich will so schnell wie möglich hier wieder raus. Du Feigling. Warte mal. Lass mich gerade überlegen. Wir irren hier durch das Verlies der widerwärtigsten Kreatur, die ich kenne. Während seine fiesen Gnome uns mit ihren blanken Klingen töten wollen. Ja, verdammt. Ich habe Angst. Beeil dich. Ich will hier wieder raus. Vielleicht, weil du einfach nur so schwach bist. Soll das vielleicht mal ein bisschen stärker werden? Aber was erzähle ich da? Ich muss keine Angst haben. Scheiß Code. Dann sorg doch dafür, dass ein War nicht abbricht. Klösser öffnen. Oh ja. Super. Wie viel Dietrich haben wir denn noch? Okay, genug. Werden immer mehr statt weniger. Ich lasse hier keinen Schatz aus. Gehört alles mehr. Ist nicht nötig. Oh, ach so. Ich wollte jetzt gerade ein Licht sauber machen. Dachte ich mir, hä? Halt, nein. Erstmal. Man sieht sofort, hier ist was. Was? Da. So, offensichtlich. Offen sogar und Schutz vor Magie. Wer es braucht. Aber wie oft werden wir schon vor Magie angegriffen? Wer sagt's denn? Heile Zauber. Bärenstein, Halbwurzel. Nice. Nice, Bio. Raus. Aus, raus. So, hallo. Hey. Da. Da ist er. Der Gürger. Was habe ich dir gesagt? Verdammte Scheiße ist der groß. Bleib ruhig. Wir machen das schon. Okay. Okay. Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Oh, Feigling. Das ist doch bloß so eine Art Auger. Also, das sieht zumindest aus. Kannst du im Hintergrund bleiben, wenn du willst. Da. Oh, tausend Erfahrung. Die Legende des Bürgers. Ey, ich habe die noch gar nicht genommen. Kommen lauter so Fehler immer. Ja, tatsächlich eine goldene Kristallscheibe. Eine Pfanne, um sich sein Fleisch zu braten. Und 550 Gold. Hehehe. Was sagst du jetzt? Der Gürger ist erledigt. Was denn? Wirklich? Bist du dir sicher? Ganz sicher. Keine Sau hat mir je geglaubt, dass es dieses Monster wirklich gibt. Ha. Und jetzt sind wir schon zwei, die von seiner Existenz wissen. Diesen Schweinen, die mich ausgelacht haben und für verrückt erklärt haben, werde ich es zeigen. Ich danke dir. Du hast mir geholfen, endlich wieder mit hoch erhobenem Kopf durch die Stadt gehen zu können. Hier. Ein großer Jäger wie du kann sowas sicher gut gebrauchen. So. Ich gehe jetzt erst mal zurück zu meiner Hütte. Leb wohl. Und verliere nicht deinen Kopf. Ja. Endlich bin ich dich wieder los. Lass mich halt bei dem Wahnsinn treiben. Oh, der Häuptling, der hat... Stimmt, der hat hier diese Rune. Schlösser öffnen. Wenn ihr als magisches Schlösser öffnen sucht, dann müsst ihr hier runterkommen und den Häuptling töten bei dem Gürger. So, aber der hat doch sicher noch einiges hier. Steinplatte. Wow. Und hier sind dann. Das sehe ich sofort. Wir haben ja was zum Ziehen. Perfektor. Perfektor. Geschafft. Uh. Wir haben ja... Anti-Magie-Kristall. Aha. Man kann Ringe daraus herstellen. Interessiert mich also nicht wirklich. Und hier haben wir... Macht das schon mal auf. Ah, permanenten... An... Maximalen Lebenstrank. Und nochmal... So was sehe ich natürlich... Immer sehr gerne. Wir haben nochmal auf dem Gold. Ring des Akrobaten mal wieder. Und Berserker. Ja, da sieht man schon. Der hat sich hier wirklich einiges zusammengeklaut. Neben Essen auch goldene Gegenstände. Das war's dann wohl, ha? Richtig, nein, so. Klösser öffnen. Liegt hier einfach so drin. Jetzt fast übersehen. son.